Dieser verdammte Nebelzieher. Ganz im Gegenteil, ich finde den Nebel wunderbar. Er verhindert, dass die Russen und Österreicher unsere Stellung ausmachen und sehen können, wie wir unsere Regimente auf der Ebene versammeln. Jetzt sind Sie dran, Dabu. Nutzen Sie den Nebel, um sich so weit wie möglich der russischen Armee zu nähern. Jawohl, Sie! Am schönsten ist immer der Beginn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich habe dich!